Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Steffen von Love in New York. Heute melde ich mich aus dem Financial District. 200 Meter in die Richtung ist der Battery Park. 200 Meter in die Richtung ist der East River. Es ist sozusagen ideal gelegen. Und ich stehe vor einer unserer absoluten Lieblingsbars hier in New York. Es ist The Dead Rabbit. Und warum der Spot so unik, so einzigartig und so geil ist, sieht er jetzt. So ihr Lieben, jetzt habt ihr mal einen Eindruck bekommen, warum das so cool ist. Ich bin immer schwerstens begeistert und für uns ist das ein Ritual, wenn wir von Brooklyn Crab, ich verlinke das in dem Video, am drunter, wieder zurückkommen nach Manhattan, dann gehen wir hier rein. Das ist unser Ritual. Und das finde ich halt super, super schön, super stylish. Die Drinks sind super toll. Und ja, die Atmosphäre, obwohl es immer packed ist, voll ist, super schön. Wenn ihr also eine coole Bar sucht hier im Financial District, das ist euer Platz. Ich glaube, wir gehen nochmal rein. Ich sage danke, dass ihr das Video angeguckt habt. Habt eine gute Zeit, wenn du in New York bist. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Steffen von Love in New York. Tschüss, macht's gut. Musik